St. Klaus dort, was bist du für ein Mensch? Im Ernst, was für ein Mensch verbaut, nicht gerne Gloucester? Haben wir ja mal pennen. Ich hab' den Ben-Bel-Klaus-Kind. Wie gesagt, und meins für uns nicht. Warte, das lebe ich gleich auch ins Bild. Ich hab' die Tür extra für den Pedro aufgelassen. Mein Haus, das hört sich so schön. Langsam, ich hab' das Spell. Danke, ich hab' Bock mal für Mycroft. Das kann man einfach nicht tun, obwohl, kann man das auch was sagen. Irgendwann wird's halt langweilig, da muss man noch eine Zeitlang Pause machen und dann... Weil wir haben eh genug Material. Wir hatten auch schon nach dem ersten Mal aufnehmen heute genug Material. Also, jetzt haben wir mal zu... Fick dich, Küper! Fick dich! Fick dich, du Hurnsohn! Ich lauf' locker! 15 Meter von dem weg! Der Hurnsohn exklusiert immer noch. Peng! Komm' jetzt noch pennen hin! Mann, das können wir nicht! Der eine hat kein Bett und der andere ist so doof, um's Bett zu benutzen. Bei Markus, du musst was anderes tun. Ich hab' Graben 34. Markus, na! Ab Graben 50 droppe ich glaub' ich Kuchen beim Graben. Geil! Den bringst du dann mal vorbei. Mal gucken, Party. Dann gibt's... Ich muss Gratis-Kekse... Wie die Suden mit Ruhe machen. Gratis-Kekse für 3,50. Oh, Alter! Ich raste hier gleich echt noch aus! Warum? Ich fall' an... Ich fall' an... Meine ganze Gegend ist total zerlöschert... wegen diesen fucking Zombies! Äh, wegen den fucking Creepern! Kann mir einer von euch jede Menge Cobblestone liefern? Ne, jede Menge nicht. Was heißt jede Menge? Jede Menge heißt so vielleicht... 5 bis 8 Steaks. Müsste einrichten, aber dafür brauch' schon ne Zeit. Ja, danke. Ich will meine ganze Insel einzäunen. Könntest du dann in der Zwischenzeit wieder das andere Holz wegmachen? Ja, aber erst muss ich dem Stein seinen Dreck vorbeibringen. Lass' denn was? Du brauchst doch Essen, oder? Ja. Dann bring mir... Was willst du für, ähm, 16 Steaks? Was? Keine Ahnung. Ja. Ich brauch' Holz. Du hast Holz. Da kommt Creeper oder normales Holz? Ah nein, du sprengst nicht meine neue gebraute Wiesen. Mir ist es eigentlich egal, welches Holz. Okay. Und ich brauch' Cobblestone insgesamt. M butter. Ich komm' mal zu dir, Stein. Da, ich bin da. Ich wollte schon sagen, ich sponder direkt neben mir in Creeper. Also das wär' jetzt echt bitter gewesen. Ne, 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 ne. Was brauch' ich noch mal'n Melon-Samen und Kabel-Stone, wenn's nicht. Nichts. 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 Oder alternativ. Das ist für ein paar Jahre alt. Warte, abstehend, bitte. Da hast du ein. Ich hab' nur bemusten, Pflasterstein. Warte, lass' mal reingucken. Alter, was das Gefühl ist, zum Schutz 1. Kannst du an, wenn du willst, was kaputt nur? Ne, lass' mal. Du hast ja noch 41 Pflastersteine drücken, kannst du haben? Klar, hol ruhig. Ich brauch' dir eh nicht. Warte, hier, warte, du kriegst noch den Dreck. Dein Glas voll Dreck. So, das ist auch gut aus. Sieht gut aus. So, das ist alles, was ich mit den, äh, 200, mit den... Alter, halt mal die Fresse. Was ist das denn? Holz wird mit Sekt geschrieben. Ich bin da. Was soll ich jetzt abschauen? Das Holz, der muss weg. Das ist doch mal cool. Genau da kann der nicht abkommen. Der wird's nicht anzünden. Nein. Weil so unser ganzes Haus abbrennt. Ah, scheiße, der Rest ist ja auch aus Holz gebaut, sorry. Hab' gedacht, das würde... Komm, kommst du denn schalte Spinnen hier hoch, ey, wollte ich mich verarschen. Die können an den Wänden hochklettern, Mongo. Hä? Spinnen können klettern. Ja, aber nicht in Minecraft, oder? Doch, die können an Wänden, die klettern an Wänden hoch. Was? Deswegen solltest du auch immer ein Dach auf deinem Haus drauf haben. Die klettern an Wänden hoch. Are you kidding me? Das hab' ich schon gesehen. Die können nur nicht an Fensterschein hochklettern. Weil die so wein sind. Also ich hab' jetzt überhaupt keinen Bock mehr auf meinen Kopf. Genau, springt ne Spinne noch schön über mein Feld am Arsch. Ich glaub' ich mach' mir gleich auch noch ne Karotten fahren. Ich hab' kein Bock mehr gehen. Na okay, tschö. Weil da spielen echt durch so einem Extremo-Rage-Modus-Club sogar nicht. Alter, ich verbrenne das Holz, das ich da abgebaut hab' vielleicht mal. Ich holtest du mir jetzt ne Stein-Axt, alter. Wer ich? Nein, der Justin. Stein-Axt, okay. Ey, kommt mir das so so vorderwachsen, wenn ne Melonen... Guck mal da unten, da läuft ein Creeper neben dir her. Ja. Ja. Da kommt noch weiter. Komm, wir spring mal da runter. Da. In die zwei Creeper rein. Nein. Das macht ein schönes Loch in deinen Gartenzaun. Nein, David, lass das. Eins. Zwei. Zwei. Mein Bruder, seine Hütte sieht irgendwie diese rot aus. Ach, saut du Pädo. Ach, schade, ich hab gedacht, die würden beide explodieren. Wollten nur das Gunpowder haben. Aha. Sag bloß, was mir jetzt eitalter! Eh, 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 guck mal wo ich bin... Eh, 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 eh. Du weißt, was ich einfach machen kann? Ja, jetzt ist der Creeper noch in meinem Garten, eh. Naja, ich soll das gut machen. Jetzt kommst du nicht mehr an mich dran. Ich glaube ich bau mir gleich ne vollautomatische Erntemaschine. Justin, kommst du nicht mehr an mich dran? Nein, jetzt komm, mach das weg. Ey Stein, guck mal was ich mir auf dem sein Dach gebaut hab. Warte. Stein. Ja, ich bin doch schon unterwegs auf dessen Dach, ne? Auf dem komischen Kerl sein Dach, also gutersten sein. Ja, was ist das? Scheißhaus. Ja, der kann da nicht rein. Oh, das Creeper, das Creeper. Und seid alle zu dumm oder tut ihr nur so? Wir wollen nur deinen Vorraten springen. Lass das. So, ich muss jetzt mal gucken, was ich als nächstes Bauer. Ich müsste jetzt noch eine Weizenfarm bauen. Wer ist denn in deinen Vorraten? Ja, jetzt geh mal wieder rein. Ja, hier ist ne ganze Hauswand weggesprengt, ne? Wie jetzt? Was ist da weggesprengt? Ne ganze Hauswand fehlen. Na gut, ne halbe Hauswand. Das war ich aber nicht. Ja, ich kann hier auch nichts bauen. Stein, was hast du gemacht? Was soll ich gemacht haben, du Vollidiot? Gut. Ich hab mir nur das Haus von dir angelegt. Wenn du mir... Holz hab ich genug von dir, aber ich bräuchte ein bisschen Dreck, dann reparier ich dir das wieder. Ja. Warte, einen Moment. Slash, ähm... Ingenieurist... Mach doch einfach Set Spawn, den Spawn. mal irgendwo anders sind. Probier jetzt nochmal da zu bauen. Geht nicht. Gib, wenn du mir ein bisschen Dreck gibst, reparier ich das wieder. Ich will nur genug Dreck, um das wieder zu reparieren. Aber was hat das zerstört? Creeping. Ja, meine kleine Farm ist fertig. Jetzt muss ich irgendwas anderes machen. Na ja, hat der Dreck leider nicht gereicht. Warte kurz. Ja, ich mach auch fertig. Na ja, ich mach auch fertig. Aber wirklich, wir sind hier... wie weiß ich ihn denn entfernt? der ist ungefähr 600 Meter vom Spawn entfernt hast du das letzte Spawn eingegeben oder was? Ja, um zu gucken wo das ist, ich hab keine Ahnung woran das so ist Da wird ja auch noch ein bisschen mehr Dreck Ich hab 4 Dreck Wieso kann ich hier kein Bett bauen? Sorry, ist ein Beta-Server So was kann ich denn jetzt noch tun? Ich kann auch jetzt auf einmal keine Facilie mehr hinsetzen Wollt ihr mich verarschen? Also ich geh mal ein bisschen in die Welt erkunden Okay, dann setz mal bitte hier die Facil hin Genau, ich sollte Emerald nicht nehmen Woher hin? Hier hin Mit 173 passt das schon Hier da Komm Was bist denn du? Na aus Nimm auch noch mit Und Notfalleisen Ja, von dass du dauerhaft klickst, wird's auch nicht besser Ja, da muss hier hin Ja, geschlangen, da lang Hier Danke Irgendwie sollte man mal auch was anderes aus Kakteen machen, find ich So kackt das doch, Bruder, was? Ja Alter Warum wird das Rauschen nicht so laut? Keine Ahnung Ich hör gar kein Rauschen von da Alter, ich kann hier immer noch nix hinsetzen, ich wollte mich verarschen Voll nüt rum Genau das hat's noch grad im Kopf, voll nüt rum Hehehe Nein, Spaß Geil, wenn ich ne Kuh mit nem, äh Schwert mit Verbrennung schlage, stirbt das erstens mit einem Schlag Und der Fleisch ist direkt gebraten, ja Das ist als würdest du's mit nem Mit nem Feuerzeug anzünden Feuerzeug anzünden, ja Da wird jetzt hier bitte mal noch die restlichen Drecklumpen hin Ah, so gammel ich mir jetzt mal ein bisschen Fleisch Ich brauch Dreck Ich brauch Dreck Dann müssen wir noch den Dreck da hinsetzen Jo, gleich Nein Ich Müller klinkt ein bisschen genervt Nein 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 Ja doch nicht Ja doch nicht Kram 36 Ich kann bald meine Kuchenproduktion aufmachen ich frage mich dann was dann bei Stufe 100 oder so kommt irgendwann kann man auch Schallplatten troppen ich denke auch irgendwann Diamanten um so einen Scheiß nein nur es gibt nur drei Items zu verhalten kannst Kloster und das Touren und Schallplatten das ich glaubst du dann wenigstens unterschiedliche Schallplatten oder mehr ein Stück Fleisch und zwar noch zu langsam weh das tut wiesig sieben das ist was schon was weil schon seit einer Viertelstunde am Rumpulen bin nicht endlich rauskriegen will alle sind hier viele Ränder ich muss sie alle töten mit Fleisch krieg auch hier gibt es normales Holz das ist gut normales Holz ist mittlerweile seltener als alles an als das andere das Segen und gibt es Birkenholz alle ist sehr sehr viel gutes Holz kann ich vielleicht daran liegen als 30 Sektions bei mir zu Hause haben das ist ein Blick und hier ist ein Erdpenis